Das ist für mein Arsch. Also richtig für mein Arsch. Okay. Okay, jetzt sind wir da. Wir sind da. Wir haben ein Fahrzeug, erstmal. Tolle Bulle. Ich guck mal. Langstelle ist gar nichts mehr. Toll, hier ist gar nichts. Ey, ich find eh, sind weniger Fahrzeuge da. Ja, stimmt. Ja, komm, dann lass uns davor gehen zu dem Munitionslager, da finden wir vielleicht noch besser. Nee, 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 wir gehen oben rum. Also Richtung Rohan. So hier, da lang Brücke und so. Da passt auf, welchen Feind, ne? Echt? Ich habe eine Kiste, da ist nichts drin. Ich habe einen Kühlschrank. Zum Beispiel der Point, wo wir jetzt gar gestattet sind. Der ist auch neu. Ja, ja. Da waren früher, äh, andere... Früher bist du übertrieben, äh, gespawnt. Nee, nee, an dem, an dem... Okay, hier ist Feind, den lassen wir mal weg. Lass ihn weg. Ja, lass ihn. Wir gehen Wendern hier runter in die Häuser und schauen mal, ob wir hier was finden. Also an der Küste, wo wir jetzt gespawnt sind, da waren wir früher auch schon. Pass auf, Feind. Ja, aber, aber weiter links. Zweck. Ja, ich weiß. Au. Au? Will ich ihn nicht hören. Ich hätte gedacht, hier habe ich Geisel gehört. Zweiter Feind, auch weg. Dritter Feind, auch weg. Ja, bestimmt. Au, hier oben ist bestimmt was, weil hier war im Haus ein Gegner. Und das bedeutet ja meistens, dass was da ist. Krieg Feuer rein. Oh, noch ein Gegner. Haha, ey, ich habe es gewusst, Adressor. Weil immer, wenn in ein Haus... Gegner sind, ist Adressor. Ja, ja, ja. Genau. Ich sehe gerade den nicht, der mich beschießt. Halte die Augen offen. Ich bleibe außerhalb. Ich beobachte von außen. Ja, ja. Was hast du nicht... Du kommst klar. Nein, das eine kannst du zutrinken. Das ist wirklich das warme Bier. Ich habe es echt geschafft, Rick, ey. In unserer Kasse sind 15 Bier. Meine Frau hat vorne eins reingestellt, wobei sie in der Wohnung hier gestanden ist. Das ist um zu sch... Genau das habe ich erwischt. War schlecht. Und es war pisswarm, Alter. Achso, ich dachte schlecht. Nee, pisswarm war es. Und es ist auf jeden Fall die... Option... Bei dir ist noch alles klar. Alles easy. Ey, pinge mal an, wo wir hin müssen. Du gehst dann hier lang. Dann gehen wir... Das ist doch hier, oder? Ähm... Nee, warte mal. Ja, da in der Nähe. Au. Ich glaube hier. Sicher den gesamten Inhalt. Ja. Ja, ich war jetzt gut. Wir nehmen das Zeug mit. Bleib wachsam. Gehen wir es mal hierher. Okay, ich habe Gegner. Moment. Freie weggemacht. Freie weggemacht. Ah, die fricken mich an. Die fricken mich an. Das gibt's nicht. Schon wieder zwei Blotten verloren. Hier oben ist noch eine drauf, glaube ich. Ja, da ist er. Hab ihn. Dahin kommt eine Heli. Beeil dich. Schnell, schnell, schnell. Nicht da hin, nicht da hin. Au, au, au. Ich habe eine Nate geworfen. Deswegen. Komm hier runter. Komm hier lang. Mach dir mal Platten rein. Mach dir mal Platten rein. Hast du den Arscher wieder weg? Das ist eine Scheiße, Alter. Gehen ins Moonlager. So eine blöde Puppe braucht kein Schwein. Schon, ne? Auch nix. Wenn wir an einem Shop vorbeikommen, hä? Ja. Können wir dir einen Rucksack kaufen. Ja, wenn... Ja, du hast gut Geld. Das ist schon mal... Halt. Geld. Ich brauche nur einen mittleren. Ich brauche keinen großen. Große ist Luxus. Ja, 30.000. 30.000 hab ich ja nicht. Fettungskatter hab ich auch. Okay, gehen wir weiter, komm. Jo. Gehen zu Fuß. Erstmal Richtung das Fahrzeug da. Jo. Ist da ein Shop in der Nähe? Oh ne, olle Scheiße. Ne, hab ich geschaut. Da ist ein Haley, geil. Wo? Hab ich markiert? Ja gut, der ist weit weg, weit weg, weit weg. Aber wenn wir extra hier müssen, dann. So, hier unten müsste die Höhle sein. Oh Gott. Prost. Prost. Ah. Schatz, das schmeckt schon wieder. Ja. Ich muss aber heute abends mal irgendwas arbeiten stellen. Fuck. Aber dein Problem nicht meinst. Heißthaft halt, ich muss auch noch Auto fahren. Eins braucht man zum Wagen, oder? Ja, ich trinke. Bei zwei fahr ich auch noch. Keine Stress. Du fährst auch noch mit vier. Ne, ne. Wapp, wapp, wapp. Alla, wirkliches Rick. Maxi, Maxi, Maximum. Drei. Aber das ist schon... Das Auto hier, das Auto hier ist weg. Keiner. Schon, weil du es wieder angepingt hast. Ja, ja. Wenn ein langer Fußmarsch. Aber egal, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Da oben ist einer. Spiele aber, glaube ich. Wo, wo, wo? Abmarkiert, oben auf dem Dach. Ja. Ich geh hier unten, geh hier unten lang. Komm. Ja, ja. Aber trotzdem gucken, weil da oben sind Gegner. Vorrücken auf mein Zeichen. Oh, ich hab's nun. Oh, hier war er auf jeden Fall. Du bist so tief drin im Carnitian-Bau. Ja, du bist so tief drin. Geh mal hier runter bei mir. Ich hab nur mal geguckt. Ah, da vorne ist irgendwas. Ja, 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 da vorne ist irgendwas. Ey, ey, Rick, 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 Rick. Da oben, da oben sind Feind wie die Gegner hinter mir. Hier. Scheiße, Rick. Rick, wenn ich jetzt hier rausgehe. Ne, bleib, bleib. Da oben auf dem Dach, da. Da oben, ey. Da oben, da oben, da. Ja, ich hab ihn angefreckt. Komm runter. Ja, verrauch. Komm runter, komm runter. Sehr schön. Ja, ich bin schon. Ich fliege. Ich renne. Ich renne. Das war aber, glaube ich, nur einer. Hoffe ich. Ich auch. Ich auch. Hab's gefunden. Das ist ne Festung. So. Ach, das ist ne Festung. Und wo müssen wir jetzt die Kamera anbringen? Wie war das? Hier drinnen auch mal. Äh, warte mal. Ja, und schieß. Ach so, ich hab grad. Warte mal. Warte, ich hol mir ne Waffe. Ah, hier war ne Falle. Scheiße. Hier müssen wir irgendwo ne Kamera anbringen. Hopp. Warte mal, warte mal, warte mal. Platziere ihn nur einem Einsatz Kameras, Überwachung von dem. Björn, ich bin down, hier ist ne Granate rein. Bin schon dabei. Aber der stirbt nicht. Jetzt, jetzt rum. Gut. Das ist sehr gut drin. Easy. Ich weiß. Ich bringe einfach hier ne Kamera jetzt an. Scheiße. Mein Knackerler hat noch nach. Au, au, au. Dreier Panzerplatte. Ja, ja, ja. Wiederbelebt dich. Der löht mich erst. Platten rein, platten rein. Hey. Hast du eine Kamera angebracht? Hey, ich bringe sie jetzt an, irgendwie, ähm, äh. Mach mal hier. Hey, hier. Hier ist der Eingang. Lassier eine Kamera. Sondergefallen, toll. Aber es hat funktioniert. Nee, nee. Hat geht's. Eine Taktik. Ja, was schon. Und was müssen wir hier nochmal machen? Ein Operator nahe deiner Position braucht medizinische Versorgung. Ach, finde. Au, warte mal, warte mal. Da hinten, ey. Hier. War ein richtiger Gegner. Aber der ist weg jetzt. Das ist ein großer Rucksack. Hast du markiert? Ja, nee. Aber warte. Das war ein Gegner. Ja, das war der, wo du Hilfe wollt. Ja, aber wer hat die getötet? Keine Ahnung. Wahrscheinlich eine von den, von der KI. Warum kann ich den Rucksack nicht nehmen? Scheiße. Eine Plattenweste, eine Zweier. Ich kann den Rucksack nicht aufnehmen, du. Kann ich den nehmen? Nee. Ah, nicht. Das ist von einem Gegner, der Rucksack. Ja, aber den hätte ich gern. Wir müssen noch, hier ist ein zweiter. Hier kommen wir wieder raus. Aber ich habe keine Dings mehr. Keine Kamera mehr. Wo soll ich sie hinbringen? Hier. Ja, einfach. Ja, wo hier? Hast du sie an der Decke? Ist mir egal. Oder in den Raum hinter dir. In den Raum hinter dir am besten. Gut, haben wir geschafft. Evakuieren wir im selben Einsatz. Also. Hören. Die Richtung. Wo ist unser Heli hin? Ja, der ist weg. Ah, der ist weg. Gehen hier durch die Zeltstadt. Komm, 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 komm. Nicht aufhalten. Rennen, rennen, rennen. Ja, ja. Easy. Rücke vor. Ich habe zwei goldene Karten gefunden. Die sind aber mittlerweile alle goldrig. Ja, ich weiß. Das sind die ganzen... Ja, es gibt aber richtig goldene, die du für Gebäude 21 brauchst. Glaube ich. Rote, schwarze, goldene. Okay. Gehen darüber. Hier ist ziemlich viel Feind immer. Aber in dem Zelt kannst du nachher eigentlich immer gut loten. Ja, bei Wozone. Hier nicht. Vorrücken auf mein Zeichen. Hast du eine geile Waffe für Distanz? Dann gehen wir hier auf den Berg in Stellung. Nee, habe ich nicht. Ich habe nur Scheiße. Ich habe meine Gude. Ich habe echt nur Scheiße dabei. Ich habe die Tech weggelegt. Scheiße. Goldene Heli. Ja, hier in der... Achso, Mundkiste. Habe ich eine Mundkiste mit? Okay, habe ich. Hi. Ganz Zeug. Was ist denn? Oh, ein geiles UpG. Rick, hier sind scheiße viele Gegner. Rick, ich komme, ich komme, ich komme. Wo? Nee, nee, bleib du bei dir. Okay, ich renne zu dir. Ich will damit nur sagen, es sind sehr viele Gegner an Exfiltrationspoint. Ich habe viermal gemacht. Glaube ich. Okay, rein. Rein, 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 rein. In drin. Ich muss extra hier. Alter, Rick, wir sind ja gar nicht so schlecht, ey. Ja, zu zweit sind wir einfach brillant. Gigantisch. Unaufhaltsam. Hier unten, Gegner. Ja, ich schau, ja. Das ist aber, weil ich Tempo mache. Du bist der, der trifft, und ich mache Tempo. Das ist quasi eine Kooperation zwischen PlayStation und PC. So ist es. Und wieviel gehen wir da hin, Niki? Wann hast du'n Bock? Wann fängt die Scheiße an? Ja, Bock hast du denn jetzt mal schon klar, aber wann fängst du an? Halb zwei. Da gehen wir um zwei oder was. Der Akku ist leer. Verdammt.